auf ewig gefangen übertreibs und dann die tür offen lassen ich schlacht irgendwann zu tode alter ich kann hier hausverbot geben kann hier reinzuklären ich kann die pflanzen die kaputt machen können desto ab so wie du hinkommen kannst baumeister ob der baumeister gut jetzt schon kommen auf die uhr und da Ich sehe hier kann ich zahlen. Ich habe es nicht ein bisschen zu weit. Vorgestellt, hier drüber hinten stellen muss ich nicht direkt. Naja. Wird Schlimmeres. Wird Schlimmeres. Ach ja, da machst du schon was mit, ey, sagst du ja. Wenn er schon mal da ist. Ich hatte dich zwar schon, glaub ich mal. Na los! Press! Press! We do it again! Das ist ein bisschen übertrieben hier. Also. 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 Tschüss! Schöne Wasserteile hier, Alter. Also. Schöne Wasserteile hier. So, was hat denn das Büchlein? Oh, das ist aber jetzt knapp. Jetzt haben wir wieder 50%. Dann belass mich jetzt dabei. So. Wo ist das da? Puh. Ja, der Affe kommt nicht. Der neue, ähm. Das neue, äh. Pinata kommt nicht. Und Batch zeigt quasi auch ewig nicht mehr. Lacken lassen, ey. Okay. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen. Das Sprache. So, ich den neuen Kollegen, der ich jetzt mal kennengelernt habe. Die aus der Yu-Gi-Oh! Freak mäßig noch drauf sind. Durch die habe ich jetzt angefangen mir mein eigenes Cosplay herzustellen, ey. Das ist zum Heulen. Schön, ähm, Windmühlen, äh, Windradschuriken, Windmühlenradschuriken oder wie man das halt nennt, gebastelt. Nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber als zu Anfang ist es in Ordnung. Oh, ich sammle ich gerade alles zusammen, was da war auch gerade ein Schwananer. Ich bin alles zusammen, was ich so finden kann, um halt mir ein, ein, ein Ding zu basteln, hier ein Sasuke-Kostüm. Ja, ich will Sasuke und zwar bei einem zweiten Teil der Schuhenprüfung, oder dritten Teil der Schuhenprüfung. Wo er gegen Gara zum ersten Mal kämpft. Das will ich mir nachbasteln. Gehe ich demnächst auf Shopping-Tour, hol mir die restlichen Sachen, hab jetzt schon alles zusammen, die Bandagen für den Arm und das Beinchen, äh, das Wind, äh, Windrasenschuriken, Windradschuriken, äh, morgens, morgen wird's T-Shirt und Hose dafür gekauft, dann die Armen stolpen wahrscheinlich, das ist noch eine Perücke, dann bin ich fertig. Ach, und die natürlich, äh, Sharingan. Weiß nicht, ob ich das Originale hole, oder ob ich mir mein Lieblingssharingan hole, und zwar das von Kakashi. Na, was? Musik Erstolander hat sich verfangen Geht doch Warum greift jeder jedes Mal immer an? Musik Und wer am eisen der Welt ist da hinten gestorben? Musik Chica, du bist doof Musik Alter, eiskalt Einfach verkauft dann, ey Ja, es gibt keinen Grund, warum er jetzt einmal angegriffen Oh, das ist jetzt doof Das zweite Mal Ein Kabel ist nicht lang genug Ähm Okay, es gibt keinen Grund, dass er jetzt einmal angegriffen hat Tut nochmal Er hat schon einen Technik und Mächte, also von daher brauche ich eh nur eins Ja, das ist nice Tut mir leid, Erstolander Ich muss noch einen Technik und Mächte machen lassen, dann ey Ziemlich voll Du bist auch ziemlich voll Hast du schon mal ein Spiegel geguckt? Wo ist denn ziemlich voll? Ich hab doch nichts mehr hier drin Alles cool, Emma Ihr habt doch gar nichts mehr in dem Sinne drin, Alter Swingersnap könnte ich verkaufen Moin Ich hab viel weniger drin als sonst, Alter Und jetzt meckert er schon wieder rum, Alter Willst du mich verarschen? Achso, hier wegen vielleicht Seine Ware fallen lassen Wow, zwei Stück Ich hab doch mal viel mehr gehabt Da hinten gab es noch Ne, es ist ja Stimmt, es ist die Laterne Guck, da steck ich mal den ganzen Bauern Der ganze Bauern war ja nochmal voll Ne, da hängen ja noch welche dran Ja, ich will dich auch längst nicht mal drin haben Aber scheiß Basin konnte ich nicht mehr Da fern wir einfach mal zwei Iglers drin, oder was? Hier aber Sengs muss man mal fressen, Alter He, 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 he Arfe Na, ich möchte dann langsam mal die Kandaris weitgehend loswerden Immer fünf Stück hier rumzugammeln Ist auch scheiße Ah So Dankeschön Dankeschön Ich frage mich auch nicht, ob ich daraus was tinkern lassen kann Bleib mir mal ein Mal gucken, ob sich was daraus tinkern lässt Das war's. 7.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. 7.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. Irgendwann gibt's so eine Nackenschelle für das Arschloch hier. 8.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. 8.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. 8.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. 9.800 500 Schokomünzen hinzubekommen. kommt keiner mehr natürlich was wir noch einmal die tür offen lassen akut mit das war die bandy kommt damit hat alles angefangen aber jetzt werden irgendwie kaum noch neue pinatas hinzu vor allem ich habe so einen Hürgen habe ich ewig nicht mehr gesehen welche pinatas hatten wir eigentlich noch gar nicht drin nur eine Arachnoid das ist falsch Enzyklopädie Arachnoid hatten wir noch nicht Basen noch nicht Baselgum weiß ich noch nicht also ach doch Baselgum hat mir schon mehr drin Arachnoid hatten wir auch nichts Alter von den alten haben wir jetzt echt noch Arachnoid noch nicht drin gehabt Alter Schwede Arachnoid Arachnoid und und ja also Igla Sauber Bonboon der kommt auch nicht mehr rein ne ich glaube ich muss das Schwed verkaufen damit er wieder kommt ich weiß es nicht ich werde mich mal bis zur nächsten Aufnahmesession darüber informieren nein nein ich kann also choose Ich habe nicht mehr ich habe diese nicht lange die 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 So.